Dieser lustige Mariekäfer ist ein Insektenhotel, das man im Garten aufhängen kann oder auf einem Balkon, das Nützling anzieht. Ich habe hier mit der Autofarbe Klassisch Rot mal eine Aludose, die ich ausgewaschen und trocknen habe, grundiert, trocknen lassen. Und gehe jetzt mit der schwarzen Guni-Dekorfarbe die markanten Mariekäferli-Punk machen, so wie das Gesicht, das vorhin beim unteren Boden auch gemalt wird und den Streifen am Rand des Kopf. Auch hier lasse ich das Ganze dann gut trocknen, bevor er sich die weiteren Schritte gestaltet. Wenn ich den Kopf fertig gestaltet habe, nehme ich das Malenklebband weg und fahre mit dem Tupfschwamm weiter. Ich habe dort die kleinste Grösse genommen, die ich auch mit der Guni-Dekorfarbe schwarz, die bekannten Mariekäferli-Punkte mache, ich schaue, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig aufgetragen ist und gehe jetzt im roten Teil die Punkte so machen. Man kann sie auch noch ein wenig anschneidend machen, je nachdem, wieviel man in der Mitte, am Rand, setze ich diese Punkte. Für die Füsse nehme ich hier eine Holzkugel, die ich ebenfalls mit der Guni-Dekorfarbe anmahle. Das geht am besten mit einem Holzspiesschen, den ich sie aufnehme, entweder mit einem Tupfschwämmchen, mit einem Pimsel oder auch von Hand kann man sie ganz gut anmahlen. Dann kann man den Papierdraht auch noch einschwärzen mit der Guni-Dekorfarbe, damit die Beine auch so schwarz sind, und dann das Ganze zusammenstecken und ebenfalls die Alu-Dose mit dem Papierdraht befestigen und so aufhängen. Für die Augen nehme ich hier eine Bierdeckel, die so klein sind, die perfekt darauf passen, die ich mit dem Rubelkohl anmahle. Man kann entweder mit dem Deko-Pointer die Augen machen oder mit Rubelkohl-Vackeläugchen hineinleimen, damit es noch einen spezielleren Effekt hat, die sich so schön bewegt. Die Holzkugelchen kann ich jetzt mit dem Papierdraht befestigen, den ich oben durch mit dem Rubelkohl anleimen und dann kommt das Füllmaterial hinein. Je nach Nützling, den man anziehen möchte, sind das verschiedene Füllmaterialien. Wichtig ist einfach, dass das Ganze drin trocken ist und trocken bleibt. Wenn alles schön getrocknet ist, kann man das Insektenhotel draussen an einem Bäumchen, am Balkongeländer oder wo auch immer aufhängen und sieht doch noch wunderschön dekorativ aus und man macht etwas für Biodiversität.